Bei der NTV App haben wir die Startseite, momentan Fußball-Tickler, weil heute Abend das Spiel Deutsch und Italien ist, was sehr schön ist, wenn ich hier jetzt in den Landscape-Mode gehe, habe ich hier die Artikel und hier habe ich Videos und kann hier zum Beispiel jetzt auf das Video gehen, dass jetzt irgendetwas überkommen ist, wenn ich das jetzt nicht falsch sehe, das ladet er jetzt über WLAN, da sind natürlich viele Leute rundherum, so, ich kann das auch eben vergrößern, da merkt man, dass beim Runterladen jetzt im WLAN hier, da sind eindeutig sehr viele Geräte connected, da sind eben Beiträge von NTV auf dem TV-Kanal, kann hier aber auch dann wieder fern zurück, ich könnte diese Sachen auch runterladen, damit ich das im Offline-Modus mir ansehen kann. Was sehr interessant ist, ist, wenn ich hier eine Rubrik zum Beispiel Wirtschaft jetzt habe, dann habe ich auf der linken Seite eben die Artikel und auf der rechten Seite die entsprechenden Videobeiträge zu dem Ressort. Und ganz allgemein, wenn ich jetzt auf die Startseite gehe, gehe ich jetzt wieder zurück zu ganzen Artikeln, sehe ich im ganzen News, ich habe aber auch Sachen wie Wetter zum Beispiel, wo ich es erkennt, wo ich bin oder ich habe es voreingestellt, je nachdem. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. The? D Aquare. E esta? Untertitelung des ZDF, 2020